jo hallo leute schön dass ihr eingeschaltet habt zu battlefield hardline wir zocken hier die map brandung und wir haben die sgs 10 am start oder sgs c oder wie das teil heißt gucken wir mal was wir direkt einnehmen können hier nein können wir nicht einen schönen sauberen headshot kassiert da oben sitzt der typ okay er ist tot die hex ist tot haben kommen 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 das gesniper hier mehr was bietet sich natürlich auf so einer großen map bietet sich das extrem an alter von wo denn das schon wieder von hinten machen blatt machen blatt komm hauen um das sehe ich nicht er hat es nur verdient es verdient umgebracht zu werden der typ komm das teilnehmer ein hier komm schon das machen wir hier silberstar komm gleich haben was nice 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 guter job jungs guter job good job okay police officer rennt vor aber wir sind hier in der freien wildbahn das heißt wir sollten mal lieber ein bisschen deckung suchen zwischen den dünnen pflänzchen und da snipet jemand sehe ich grad kacke hast du ihn weggeholt ich muss pullern ich bleib kurz im wasser kommen sie denn da war doch gerade einer ist nicht mehr da 70 prozent haben wir wieder da ihr snipe da oben schon wieder jetzt hat er mich jetzt hat er mich scheiße guter schütze guter schütze er snipe die ganze zeit rum und trifft auch gut also er trifft ganz ordentlich glaube ich komm 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 ich will mir den typen holen er läuft oder irgendjemand läuft ja man man es gibt es doch nicht haben noch gekriegt nice ich hoffe das war auch der typ den wir da als erstes gekillt haben der uns da versucht hat wegzuschneiden ich hoffe das war einmal eine lehre ach so ist seid ihr das seid ja ihr oder unten sind sie wieder komm 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 die warten nur bis wir drin sind und dann kommen sie uns holen hier fettes scheiß auto und oben warten natürlich die freunde auf uns auch hier im haus könnte eine schrot geil sein könnte geil sein aber du bist ja mehr draußen eigentlich als wie dass du im gebäude bist und deswegen glaube ich ist es trotzdem von vorteil wenn du die schrot weglässt da kommt er nicht mehr raus aber haben wir haben die tür zugemacht oh nein man die hocken schon wieder oben auf dem dach glaube ich drauf dann die ganze spinner hier schon wieder verdammte scheiße ich hab den gar nicht gesehen überhaupt nicht gecheckt null gecheckt habe ich den ja echt schade dass geld das getaway einfach nicht funktioniert das ist echt traurig ja dann wie gesagt ich versuche es immer wieder aber irgendwie kein plan momentan sehe ich das mal so wir haben geld zum fenster ausgeschmissen ja das ist wird man belohnt allerdings eigentlich ist es ja noch ein viel größerer schlag ins gesicht für die entwickler dass es keiner zockt aber die wollen ja eh nur die kohle haben also wenn sie die kohle kriegen ist es denen ja eigentlich wurscht allerdings wenn es so bleibt dass es keiner zockt ja die in den dlc dann ist es garantiert das todes total für für die entwickler weil das ja dann wird es natürlich die zukünftigen dlcs wird sich dann keiner mehr holen weil einfach der letzte dlc so verkackt war ja die haben glaube ich auch neue waffen eingebracht aber naja jetzt fängt das gespare wieder an muss ich werde sparen anfangen hier komm lad nah komm lad nah da wo bin ich hier okay okay ist alles cool das geht hier unten ab steht noch fahrzeug man alter scheiße ist hier auch wieder jemanden das war doch eigentlich ein sauber kopfschuss gerade oder nicht die sind hier unten komm 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 ja da hat er mich gerade er hat sich auch selbst getötet einmal gestorben eigentlich hat es ihm gar nichts gebracht punkte doch punkte bringt sein schöne punkte keine snipe anser alter es bleibt ja auch jemand mache mich nach mir ich hab den echt getroffen alter die waffe knallt ganz schön ne ja mann du brauchst mich nicht schon wieder weg snipern ey von da unten schön in aller seelen ruhe oder pate o pato pierrick oder wie der heißt komm schon baby scheiße heli natürlich triffst du die scheiße hier nicht ja mann alter runter gesprungen oder vom heli runter ich bin ja der einzige depp der stirbt überall stehen sie ja nur ich bin wieder der der da drauf geht das war so scheiße wenn man der einzige nerd ist ist schon wieder jemand abgesprungen? ich sterbe noch schon wenn sie hochkommen oder? komm 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 aber ich habe ich habe ich ja mann die guckt da hinten hin ich bin total aufgeregt ey Junge du stellst sie aber auch so blöd hin mann da sieht man den noch gar nicht du musst hier stehen hier nicht unbedingt aber jetzt könnte jemand kommen ich höre jemanden komm schon ich höre jemanden aber ihr guckt nicht oh jetzt komm 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 Alter sind alle tot scheiße scheiße man ich bin der einzige hier alter was haben wir hier oh ne fuck heli das ist was zum heilen er hat was ist jemand abgesprungen? nö jetzt haben sie mich gesehen jetzt ist es wieder neugierig wahrscheinlich ja komm sie trauen sich nicht aber ich traue mich auch nicht und hier snipen sie garantiert wieder gut gemacht, gut gemacht gut gemacht, gut gemacht, ne oh nein nicht mehr kack heli das ist ein Kampf heli ich verfehre seine position oh oh scheiße warum immer ich ey warum immer ich ich bin echt der einzige der stirbt oder der der meisten stirbt glaube ich kennt ihr das wenn man denkt man ist immer der auserwählte quasi man ist immer derjenige der eigentlich die Arschkarte zieht das kommt mir so oft vor das kommt mir so oft vor umladen nach das teil dann hier nochmal rein ist das unser feuer hier ja müssen wir aufpassen weil die snipen natürlich ne wir warten uns drauf bis sich irgendein Depp von uns hier zeigt und dann wollen sie uns weg holen na Junge alles klar alles fit im schritt steht da jemand ne werfe eine Brandgranate vielleicht habe ich ja Glück oder auch nicht da kommt wieder jemand ich muss mal so aufpassen wenn die snipen ey kommt Leute kommt Leute hier muss doch irgendwo jemand sein ihr wollt mich einfach verarschen aber es zählt noch als Kill ihr wollt mich einfach nur verarschen glaube ich ey echt ist echt ein Witz manchmal ist echt ein Witz wir sind reulich am verkacken sehe ich grad also wir werden höchstwahrscheinlich richtig ablosen guck mal da runter ah scheiße mein eigenes feuer halte ich natürlich nicht aus das ist eine Granate das ist jemand ah kacke blöd geworfen kommt Leute hab ich hab ich hab ich ich denke der kann sich hinlegen und ist vergessen hat er sich aber geschnitten Headshot von oben ins Gesicht ja ja man alter Abstauber hier alter Abstauber bin ich oder kommt jemand ne ist von uns ein Heli Abstauber Ding hier komm 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 das will keiner mehr oder was er hat er das gesehen ich konnte ihn vorher gar nicht treffen weil der noch am hochklettern war da kannst du ihn nicht treffen oder was er schaut er schaut nur Junge hau noch weg Alter ich hab schon wieder gezweifelt ich hab schon oh das Medikit ist auch ein Medikit komm 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 schnell 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 jo wir haben wieder haben wieder alles haben wieder alles ist einer von unseren Leuten jetzt kommt dieser räudige Sturm auch noch auf hier das kann ich ja gar nicht ab oh da ist jemand da ist jemand ist er nicht mehr da glaube ich wahrscheinlich schon tot elendig verreckt ist aber geil man wir halten hier echt zu zweit zu dritt halten wir das ganze Ding hier um irgendwie witzig oh es ist ein heftiger Sturm ein heftiges Unwetter ein heftiges Unwetter sooo wann kommt hier mal wieder einer das wollen sie nicht mehr glaube ich ein paar Punkte haben wir noch hier auch kommt Leute okay ich geh auch runter gehen wir auch runter gucken wir was hier los ist hier auf jeden Fall nicht viel wir müssen zu zäh C C ist verloren oh shit oh schön schön abgeschossen gut gemacht Leute richtig gut gemacht was habe ich hier noch bei ja so ein Schild ich will nichts riskieren denn ich möchte hier nicht drauf gehen aber zumindest nicht von den Typen da du triffst du triffst ihn aber du musst ihn so oft treffen 10 Schüsse von dir machen nur halb so viel Schaden wie ein Schuss von denen er fährt immer noch rum ich hab gedacht er will hier rein ja man scheiße fuck verfluchter fuck ich weiß ich spawn wir mal hier guck mal das hat sie holen können oder seine wieder lol ist ja geil Typ ist aber glaube ich ausgestiegen komm 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 los stehen sie aber bestimmt alles klar Jungs werfe Brandgranate werfe Brandgranate werfe Brandgranate komm 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 gleich haben wir es komm 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 aber wir haben eh bloß noch 13 kriegen wir ihn nicht mehr ist zu krass ja hätte ich mir mal die Schutzweste ausgewählt dann hätten wir vielleicht nicht überlebt hehehe also gut noch 7 Verstärkungen haben wir noch bloß noch 7 ist auch lächerlich 7 Stück ist ja echt lahmarschig komm 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 na komm na komm ist da jemand drinnen? im Küchenbereich? ich hab gedacht da ist jemand aber es war nur ne Täuschung aber das letzte Mal konnte ich das noch kaputt schlagen wahrscheinlich haben die Entwickler gemerkt dass das doch schwachsinnig ist ja man 21 12 oh es geht es geht Leute danke dass ihr zugeschaut habt wer bis hierher geschaut hat sowieso ein doppeltes Lob und dann sehen wir uns in der nächsten Folge oder hören wir uns mehr oder weniger einen schönen Tag noch bis dann tschüss und dann sehen wir uns noch mal irgendwann wieder auf die cais im Club im Club Vielen Dank.